So, neue Folge, neues Glück. Mal gucken, wie lange ich brauche, bis ich da bin. Äh, da... Hi, ihr zwei. Der hat ein... Der hat ein Feuer... Ja, ja, gut. Er ist mal gespeichert. Äh, palim, 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 da ist eine Echse. Ich stecke ihn hier drin. Oh, so beleidigst du, Melvin. Mit meinem Speer. Warte mal, das hört sich gerade alles ein bisschen falsch an. Ja, irgendwie wird das schon richtig sein. Ach, die fachst du was. Äh, warte mal, wie viele Knochen brauche ich noch? Drei. Melvin, hast du die schon getötet? Was? Ja. Hebst eine Schildkotte. Hebst du mir drei Knochen auf? Ja. Eik, ich hab eine Schildkotte. Äh, hier steht ein Weißer am Wasser. Und tschüss. Ah ja, Eik. Da rennt um der nacktsche Glatzköpfige rum. Und tschüss. Vor allem, wenn die mir jetzt da hinterher rennen, sind die gleich bei uns. Ja, dann hör bitte auf. Ich kann mir glaube ich sogar eine volle Rüstung machen. Na warte. Ich soll aufhauen? Jetzt komm ich mit nem Tennisball an. Das hast du jetzt davon. Also mindestens in jeder Folge muss ein Tennisball fliegen. Nicht der Tennisball. Nicht schon wieder. Vor allem, bist du überhaupt hier an der Base? Ja. Ach, da hinten. Mach mir hier grad. Wo rennt denn der Cyborg rum, bitteschön? Der Kloster. Am Strand. Ich bin ein Strandmensch. Wow. Hier liegen Keulen rum. Ja, ja. Da. Hier. Ah. Hier. Da. Jippie. Dank dir. Hab grad nur kurzen und schuldigen Heidekopf abgehackt. Okay. Hab ich auch schon. Keine Sorge. So, also ich wär ausgerüstet. Ach du heilige Witter ist ein großer Kreis. Das ist kein Kreis. Ist ne Kaffeebohne. Kaffeebohne? Ja. Ähm, was? Ja, das ist dort, wo ich die ineinander gebaut hab, die zwei Teile. Ach so. Aber, Melvin. Ja. Fang. Habt ihr schon Drygenrex? Ja, habt ihr ja. Alter, wie viel Essen habt ihr denn? A-Eck. Fang. Wo? Da. Hier. Da. Sieh mich grad erster mit dem Scheiß. Tennis war getunnelt. Nein, haben wir nicht. Getunnelt. Das ist ja, ähm. Meine Hasenfanggeräte, genau. Die muss ich jetzt machen. Hallen. Fanggeräte. Beides. Guck. Eins. Und da ist noch nix drinne. So ne Schweinerei. Wir möchten für ein Cybert mal ganz kurz so ein provisorisches Unterschlupf-Gerät bauen. Äh. Machen wir einfach mal schnell sowas hier. Äh. Äh. Stöcke. Äh. Ja. Boah, ich fäll mit einer an. Na, ist gut gesagt. Man muss alles mal lauter machen. Wird noch einer. So. Ähm. Ich. Wo wollt ich weitermachen? Wer ist dat denn? Hier unten. Oh mein Gott. Hier ist ein Hase. Es wird langsam etwas dunkel. Ich bei den Baum suche. Apropos. Ich wollte doch sowieso hier noch was. Äh. Lass mich schon mal hier hoch. Ist die Fackel hier oben schon fertig. Hm. Näh. Und jetzt. Und jetzt. Haben wir jetzt auf jedem Aus... Ja, da ist eine Fackel drauf. Puh. Puh. Hier ist noch keine Fackel drauf. Puh. Puh. Hier ist noch keine Fackel drauf. Das ist gut. Das ist dann. Und äh. Das wir hier halt drüber gucken können. Wenn die Mauer irgendwann mal fertig ist. Und jetzt. Aber der Melvin ruht sich eher aus als dass er was macht. So. Bin wir... Nein. Doch. Nein. Ich fällt grad Bäume. Das ist gelogen. Nein. Sonst würden hier keine Holzstämme liegen. Ich hör keinen Baum fallen. Also. Vielleicht hast du einfach Harz in den Ohren. Nein. Das verbaue ich ja gerade. Oh. Vielleicht hatst du mal Harz in den Ohren. Nein. Das glaube ich nicht. Ich hab Druckluft. Oh. Äh. Ein Klo haben wir natürlich noch nicht gebaut. Äh. Ich hab was gehört. Ich auch. Ich auch. Ein Baumfeld. Ach Gott. Wir brauchen unbedingt mal... Oh. Ich weiß was ich baue. Oh. Ich weiß was ich baue. Einen Schwanz. Noch nicht. Ich weiß was ich baue. Eine komische Rutsche. Ne. Die dauert doch viel zu lang. Ach den Turm... Ach ja. Apropos. Cybert und... Clay müssen ja den Turm bauen. Stimmt ja. Da war ja was. Welchen Turm? Der über 300 Holzstimme kostet. Wieso? Boah. Das hab ich mir jetzt verdient hier. Ey. Warum kann ich nicht... Nein. Wieso müssen wir den bauen? Ähm. Damit wir da runter springen können. Oh. Hier sitzt ich jetzt für immer. Kann alleine bauen. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. So. Was? Und wieso müssen wir den bauen? Weil ihr als... ...letztes drauf gekommen seid. Das ist Regel. Äh. Ich fäll schon Bäume. Okay, lasst mich. Äh. 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 Da ist Licht im Wald. Ich bin's nicht. Wie mein's? Wo Licht? Wie? Wo? Wie? Na, Lichtlicht halt. Da ist einer mit so ner komischen... Außerhalb? Ja. Da wo keine Mauer ist. Oh, da. Ja, ich stehe doch. Korrekt. Äh. Äh. Von... Äh. Unser Tor, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Was ist mit dem Tor? Vor uns steht jemand. Also. Naja, ich bin hier oben im Hausguck. Huh. Ja, ich auch. Bin grad rausgeklettert. Was war das? Wo sind das für Freie? Äh. Seibert, ne? Tschüss. Ich lass dich nicht hier hoch. Oh nein. Oh nein. Sabert wird wirklich angegriffen. Weit ondek. Hä? Wo ist der hin? Sheheh. Sheheh. Sind wir jetzt wirklich alle auf einem Außenposten? Hehehe. Hehehe. Eich bin Sabert schon. Hehehehe. Was will ich denn auf ne Maus gucken? Kann ich ja sein. Ach sicher bist du auch so. Ich mach eher die Totems kaputt, wie sie aufbauen. Oh, ich seh ne Olle von... äh, darf ich das nicht sagen? Da ist ne Olle mit ner Lampe aufm Kopf. Das ist dann ein Kerl. Und mir scheiße kalt. Dann musst du ans Lagerfeuer gehen. Dann wärm dich an dem Kerl auf. Was ist denn? Was ist denn? Wo ist hier ein Lagerfeuer? Bei uns, wo unsere Hütten sind. Die zwei. Oh, Pah, dieser Schreie! Ich zieh meinen Magen an. Warte, 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 warte. Hey, hallo! Voll Paranoia von den Schreien. Oh. Ich hab... Ich bin froh, dass ich keine Kiesel mehr... Das ist... Ja. Ich fahr jetzt weg. Komm schon. Nein! Hier ist ein neuerer Typ. Den Klopp ihn. Genau! Komm runter und mach ihn kaputt. Ich... 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 Ein Baumstamm! Den hab ich! Echt? Nur noch einen? Ja! Dann gib mal hier! Hier! Dann ist der Ausguck da oben auch fertig. Dass wir uns wenigstens alle flüchten können zur Maut. Kenn ich auch schon. So, jetzt hab ich aus Versehen einen Pilz gegessen. Das hört sich nicht... Alter, diese Schreie! Haben die Viecher Paranoia oder was? Ja, wahrscheinlich... Dicke Blähungen. Naja, dann sollten sie mal... Auch für die Pilze zu essen. Und da... Der ist schon wieder ein! Fähigseh! Hahahaha! 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 Komm, Wackradu! Hini! Hahahaha! So... Oh geil! Ich stehe in Flammen! Hahahaha! Hahahaha! Pallumpallumpallumpallpallum! Hahahaha! Ist der jetzt warm? Hahahaha! 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 Ja, mir ist der jetzt warm, Elvin. Danke für die Nachfrage. So, der nächste Ausguck hat Feuer. Feuer unter dem Hintern? Hier, aber apropos, Melvin, wir brauchen Holz, hast du gesagt, ne? Ja. Okay. Oh Gott. Bitte, ich bin gerade am Bäume fällen. Bitte kein Dynamit. Zu spät. Oh. Ich habe nur noch gehört, wie ein Baum umgefallen... Hä? Ich gehe auf den Ausguck hier. Stimmt, ich muss auffassen, dass ich nicht den Ausguck abreiß. Das wäre... Das ist fucking ernst. Auf dem du gerade bist, wahrscheinlich. Nein. Ich bin gerade extra am Fertigbauen. Baumfeld! Alter! Eingeboren, willkommen! Dann, äh... Ciao! Ciao! Das Dumme ist, im Dunkeln sieht man nicht, wo man das Dynamit hinwirft. Eik! Ja? Ist das denn ernst? Ich habe außerhalb gesprungen, keine Angst. Okay. Ich dachte schon. Ich höre hier was rumrennen. Ich freue mich, wenn die Mutanten kommen, ne? Ich verschwinde. Auf jeden Fall hier draußen atmet einer sehr hektisch. Jep, da läuft einer. Hey, da guckst du doof. Jetzt rand da weg. Baum. Baum. Für. Baum. Alter! Hilfe, er starrt mich an. Boah, das... Mann, bist du stark. Du schlägst mit... Oh Gott! Oh Gott! Warte! Warte! Alter, hier ist gerade ein Wagen durch die Luft geflogen. Okay. er hat auch keinen bock mehr aber wirklich ja wir können ja mal gucken ob man die nacht überspringen können doch langweilig aber eigentlich kann schlafen der der mond geht schon wieder und das braucht man eigentlich nicht machen wir sollten eigentlich unser schlaf zu allen teilen dass wir wenn es abends wird dann wenn wir aufstehen wieder morgens wird das mache ich das mache ich zum beispiel immer besser was wäre besser hast du gerade nicht zugehört nicht ganz ehrlich gesagt ich war beim bauen okay lass mich ach du meine güte das sind ja richtig viele bäume wo ist die ja ich habe bei mir draußen schön gespringt noch da fahr ich gleich hin aber dort möchte man die baumwurzeln entfernen wieso damit dort keine bäume wachsen weil die springen also die klettern auf die bäume und springen über die mauer ja jenius auto ich fahr mit meinem cabrio hier hin ich habe auch cabrio gekauft kann er kann auch geklaut sein aber ist ja nicht so wichtig ja tanzen 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 wir wollen alle tanzen oh zweites cabrio da kommen alle lalalala oh fuck halte taste okay der wagen ist voll hast du mir gerade ernst auf die stelle vor der nase weggeklaut mhm hier liegen dann auch noch welche ist er auch voll sind beide voll komm tschüss ähm irgendwo war doch hier noch äh bin ich so doof so ich hab jetzt ich hab jetzt genug um mich über wasser zu halten schau er hat das tor offen gelassen also ich nicht ich war außen rum äh die tor sind alle offen warum ich wollte unsere freunde reinlassen du kannst schon Luft reinziehen ja ich wollte mit denen Kaffee trinken und jo melvin ha ich geh einfach hin und baue da bei dem außenposten den ich fertig oberen außenposten den ich fertig gebaut hab einfach die mauer weiter ja weiß nicht wo ich hinfahre ich hoffe nicht in den Fluss in den See najaa dann gehst du mal ne Runde baden ach hier nicht ja wir hatten zwei kleine Minisees bei uns einer ist bei mir hier hinten ach so das ja ach da hinten loben schon wieder welche machen wir dann mit äh claytoxic äh höhlentouren oder ja ok also heute noch nicht nee usha haben wir in den jemals nicht nein ich ich nicht nicht nein nicht nur ich ich Vielen Dank.